Hallo, ich bin Ruth Lange von Ruth Lange Design und möchte mit dir nächste Woche Freitag 19 Uhr einen kostenlosen Workshop machen. Hast du Lust dabei zu sein? Ich möchte mit euch diese schöne Tasse gestalten und einen passenden personalisierten Korkuntersetzer. Was du dafür brauchst, ist meine 0 Euro Datei, die du bekommst, wenn du Teil meines kreativen Flotterclubs bist und wie du dahin kommst, verlinke ich dir in der Textbox. Du bekommst dann am Montag per E-Mail diese Datei, die wir in dem Kurs benutzen werden und folgendes Material brauchst du auch noch. Ein Schneideplotter und die passende Matte, dann eine Tasse mit geraden Wänden, nicht gewölbten, ein Korkuntersetzer, eine Glanzfolie, eine Transferfolie, ein Rakel, ein Entgitterungswerkzeug und für den Korkuntersetzer noch etwas Bügelfolie und wenn ihr einen Korkuntersetzer mit rantabt, dann noch ein kleines Bügelfolie. Damit du den Livestream nächste Woche Freitag um 19 Uhr auf keinen Fall verpasst, klicke jetzt auf Abonnieren, damit du meinen Kanal abonnierst und klick auch auf die Glocke, damit du informiert bist, wann es losgeht. Ich freue mich auf dich und wir sehen uns nächste Woche Freitag.